In der Fotos-App in iOS 10 auf dem iPhone, iPad, aber auch am Computer und macOS Sierra gibt es eine neue Funktion namens Andenken. Dort können Sie im Handumdrehen Ihre Lieblingsbilder, Ihre Urlaubsmotive per Klick in einen Film mit Musikuntermalung umwandeln. Hervorragend! Dabei bekommen Sie ein Gefühl dafür, was man alles machen kann, wenn man Bilder und Videosequenzen in einen Hollywoodreifen Film erstellt. Mit iMovie, das kostenlos für das iPhone, für das iPad und auch für den Mac-Computer erhältlich ist, können Sie noch viele Dinge näher machen. iMovie ist absolut faszinierend. Und wandeln Sie einfach Ihre mit dem iPhone aufgenommenen Aufnahmen in ein wunderschönes Filmdokument. Mit iMovie gelingt es im Handumdrehen. Aber iMovie hat sehr viele Funktionen. Unser Autor, Johann Zierbeck, hat alle Funktionen auf Herz und Nieren getestet, sodass Sie nach Lektüre des Buches sofort durchstarten können.